Hi, ich bin Adina. Und ich bin Martin-Sophie. Wir sind hier heute bei Frontpage und spielen... Lippenlesen. Wuhu! Adina, kannst du uns hören? Kannst du uns hören? Okay. Drei, zwei, eins. Umzug. Umzug? Ja, echt? Oh mein Gott. Rap Battle. Du. Rap. Du. Rap. Rap. Umwapp. Rap. Du-äpp. Rap. Du-äpp. Rap. Rap. Battle. Deutschrap. Rap. Battle. Rap. Rap. Battle. Rap Battle. Ja! Okay. Oh. Community. Musical.ly. Community. Community. Steckdose. Steckdose. Echt jetzt? Ich hab' ich muss leider reden. Good. Vibes only. Good. Deutsch. Good. Du. Good. Du. Good. Uch. Good. Und. Good. Vibes only. Good. 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 Du. Ist richtig? Ja. Bücherregal. Polizei. Bücherregal. Puh. Bücherregal. Pudding. Bücher. Bücher. Pudding. Ist pur richtig. Bücher. Pute. Alina. Bücher. Polizei. Bücher. Bücher. Pute. Bücher. Bücherregal. Bücher. Buchregal. Bücherregal. Bücherregal. Ja. Hühnchen. Tüte. Hühnchen. Tüte. Hühnchen. Küche. Hühnchen. Hey, du darfst nicht machen. Flügel. Hühnchen. Was? Hühnchen. Hühnchen. Küch. Hühnchen. Kuh. Hühnchen. Hühnchen. Kühlen. Hühnchen. Küken. Kass. Küken. Hä? Hühnchen. Ich höre nichts mehr. Ja. Geil. Viel Spaß. Du warst gar nicht mehr so schlecht. Dankeschön. Ich habe nichts gehört. 3, 2, 1. Briefkasten. Was? Briefkasten. Mit? Brief. Briefkasten. Messer? Briefkasten. Brief. Briefkasten. Kästchen. Briefkästchen. Kasten. Briefkasten. Briefkette. Hä? Kasten. Was? Brief. Kasten. Kästchen. Kasten. Brief. Kasten. Kett. Briefkasten. Briefkasten. results. Flachwitz. Flachwitz. Flagge. Flach. Witz. Flagge. Flachwitz. 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 oha oha ungarisches gulasch ja gar nicht sagst du auch nicht ungarisch 100 ungarisch ohne ungarisch gulasch ulas ungarisch gulasch corona trinken corona trinken ich höre also trinken trinken corona trinken rasenmäher hasen ganz rasen ganz rasen rasenmäher rasenmäher gas rasenmäher handbremsen ich habe gar nichts also das war das war richtig schwer du hast drei geraten es war so laut das war so böse ungarisches gulasch wahrscheinlich echt